Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Goldroger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Und so beginnt auch unsere Podcast-Folge zu One Piece, der Live-Action-Serie auf Netflix. Und damit haben wir euch eigentlich direkt schon das Intro zur Story gegeben. Aber wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Maurice und ihr kennt mich aus so spannenden Folgen, wo ich mit Stu darüber diskutiere, ob der Sonic-Film oder der Mario-Film irgendeinen Mehrwert hatte oder haben. Und ich habe mir für das Thema One Piece meine alte Wegbegleiterin dazu gut, mit der wir auch schon über One Piece Red geredet haben. Und zwar... Aileen, hi! Auch wenn ich das alt ein bisschen dämpfe will, so alt bin ich noch. Rub it in! Ja, hi! Aileen, Online-Redakteurin am Gaming-Journalismus und ich freue mich, hier zu sein. Willkommen on board! Jetzt, wenn wir über One Piece reden, ich denke mal, jeder, der das hier gerade hört, ihr hattet in den letzten Wochen oder zumindest aktuell gar keine Gelegenheit, nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwas über One Piece zu hören. Denn was man jetzt schon vorwegnehmen kann, ist, diese Netflix-Serie bricht alle Netflix-Rekorde. In wie vielen Ländern wird diese Serie gerade irgendwie auf Platz 1 dargestellt? Als ich zuletzt gecheckt habe, waren es 84 Länder und damit wurden auch ein paar andere Serien vom Thron gestoßen, unter anderem Wednesday und auch Stranger Things, was ich sehr beeindruckend fand. Okay, also wir haben es hier also mit einem absoluten Knaller zu tun. Und wenn man ja mitgekriegt hat, wie Netflix links und rechts irgendwelche Serien cancelt waren, die Underperformen, stehen die Chancen gut, dass wir nach dieser Staffel 1 eine Staffel 2 kriegen. Aber bevor wir über Rekorde, Zahlen und alles mögliche reden, sollten wir vielleicht nochmal die Leute abholen, die von meinem Intro eher ein bisschen so abgeturnt waren. Wenn man jetzt die Geschichte von One Piece kurz zusammenfassen möchte, für jemanden, der so gar keine Ahnung hat und nicht wissen will, was da irgendwie drumherum ist, von wegen, ey, das ist ein Manga oder sonst was, wie würdest du das jetzt sehr kurz zusammenfassen? Ähm, sehr kurz. Es ist ein Abenteuer über Freundschaft, über Piraten. Es ist emotional, es ist witzig, es ist, hat Tiefgang, aber es ist genauso manchmal im Flachgang und das macht es eigentlich aus. Okay, also hohe und niedrige Wellen. Es geht, wir begleiten einen jungen Piraten namens Monkey D. Luffy im Original oder Luffy. Ich kann es nicht so perfekt aussprechen, weil ich bin nämlich mit dem deutschen Namen aufgewachsen und zwar Monkey D. Ruffy. Und zwar gibt es in der deutschen Fassung viele Namen, die ein bisschen angepasst wurden in der Serie, weil die Serie basiert auf einem Manga, der genauso heißt nämlich One Piece von Aichiro Oda und er wurde 1997 erstmals veröffentlicht und ist damals auch, hat das Erbe von Dragon Ball in Deutschland angetreten beim Carlsen Verlag. Als die Serie mit 42 Bänden zu Ende ging, war sich Carlsen, glaube ich, bewusst, shit, wir brauchen schnell einen neuen Manga, der jeden Monat rauskommen kann und das war dann One Piece und da haben die dann viele Namen, die sehr schwierig auszusprechen sind, wieder so typisch wie Krillin bei Dragon Ball gut eingedeutscht. Und ja, wir begleiten Ruffy auf seinem sehr naiven Abenteuer, König der Piraten zu werden, denn in der Welt, in der dieses Abenteuer spielt, hat halt dieser große Gold Roger, der allergrößte Obermeck unter den Piraten war, irgendwo einen Schatz versteckt, dieses One Piece und jetzt wollen das einfach alle finden und halt eben auch dieser junge Typ, der nicht mehr ins Wasser gehen kann. Aber warum darf denn ein Pirat nicht mehr schwimmen oder warum kann er überhaupt nicht schwimmen? Ist das nicht eine schlechte Voraussetzung? Ja, haha, das ist ja der große Twist an der ganzen Story, was das ganze One Piece, die ganze One Piece Saga quasi beeinflusst und zwar geht es um die sogenannten Teufelsfrüchte, denn Piraten, die eine gewisse Frucht essen, die können krasse Eigenschaften bekommen und Ruffy zum Beispiel, der hat die Gungumfrucht gegessen und ist deswegen ein Gummimensch geworden. Das Problem daran, dass man so einen krassen Boost kriegt, ist, dass man dafür nicht mehr schwimmen kann und sobald man ins Meer fällt, geht man quasi unter wie ein Stein. Oha, also ein richtiger Deal mit dem Teufel, daher der Name. Das kann man genau so sagen, ja. Also das heißt, wir haben es hier nicht mit einem klassischen Piratenabenteuer zu tun, sondern es geht mehr in Richtung Flucht der Karibik? Ich finde, so ganz kann man das nicht vergleichen, weil Flucht der Karibik ist ja teilweise schon auch sehr abgespaced, was so die Charaktere angeht, aber ich finde, One Piece setzt da noch mal eine komplette Schipp rauf. Es gibt Clowns als Piraten, es gibt Leute, die sich zerteilen können, es gibt Leute, die sich zu Wachs machen können. Also da ist wirklich, wird nochmal alles an Kuriositäten quasi aufgefahren, was diese Charaktere angeht. Okay, und der Manga ist ja auch, jetzt wenn man den Manga vielleicht schon mal gesehen hat oder den Anime, der ja auch auf RTL 2 lief und jetzt glaube ich auf ProSiebenMax, aber auch auf Crunchyroll zu streamen ist, da sieht man ja auch so einige Charaktere sind von den Proportionen her sehr, sehr weird. Also da gibt es dann zum Beispiel den Lizop, der hat eine ganz lange Nase oder es gibt Charaktere, die haben eine Axt als Arm. Was davon hat es in die Serie geschafft und was nicht? Und was glaubst du, warum? Also bei ein paar Charakteren wurden auf jeden Fall leichte Änderungen vorgenommen. Du hast sie ja schon angesprochen. Der Mann mit der langen Nase, quasi Lizop, auch einer der Hauptcharaktere des Mangas mit. Der hat eine kurze bekommen. Oder er hat einfach nie die, die er hat. Ja stimmt, er hat die Standard-Nase bekommen, sagen wir so. Dafür ein Buggy, der hat seine ausgefallenere Nase bekommen. Der hat nämlich eine Clowns-Nase, die auch im Anime oder jetzt in der Live-Action übernommen wurde. Aber es gibt eben auch Charaktere wie zum Beispiel ein Arlong, der ein Fischmensch ist. Wo die Frage ist, ja, kann man das normalisieren? Nein, nein. Und wurde es auch nicht. Arlong ist ein Fischmensch, so wie er im Buche steht. In welchem Buch stehen Fischmenschen und was kenne ich unter einen Fischmensch? Die Fischmensch, die ich lese, ja, die kann ich mal nicht weitertragen. Wie sehen denn Fischmenschen aus? Also die scheinen ja sehr wichtig zu sein in der Serie. Da gibt es natürlich unterschiedliche. Es gibt ja quasi tausend Fische. Ne, wie geht der Spruch? Es gibt immer noch einen Fischmeer im Wasser. Ich glaube, das gibt es im Deutschen. Egal. Fische sind viel und Fische sind gut. Halt ich hier fest. Und genau, in der ganzen Gruppe um Arlong, ich weiß nicht, wie viele jetzt schon hier dazu sagen wollen, Arlong ist ja auch ein Kapitän und er hat eben eine Fischbande quasi um sich, eine Crew und die sind zum Beispiel dann Rochen, also Halbmensch, Halbrochen, Halbhammerhai, Halbmensch. Also eigentlich... Okay, ein bisschen wie eine Crew vielleicht bei Davy Jones bei Fluch der Karibik. Also was würde es sein? Ja, da kann man tatsächlich dann ein bisschen Überschneidungen feststellen, sage ich mal. Aber es gibt einen großen Unterschied, ne? Das ist nämlich bei Fluch der Karibik war ja fast alles CGI und die Macher der Serie haben sich ja entschieden, so viel wie möglich vor die Kamera zu bringen. Also alle großen Effekte, wie sei es halt irgendwie die Schauplätze oder halt eben diese fantastischen Fischmenschen, tragen halt Prosthetics. Also es ist alles echt. Das konnten die Schauspieler anfassen und da drauf rumlaufen. Ja, das fällt auch auf, wo ich für mich persönlich sagen muss, um das hier irgendwie einmal klarzustellen, ich war ja bevor die Serie jetzt wirklich auf Netflix lief, sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Eben weil ich diese Gedanken hatte, okay, wir wollen die ein Along darstellen in der Netflix-Produktion, weil man ja jetzt, kann ich glaube ich so sagen, nicht immer das Beste gewohnt ist irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, dass die das zum Beispiel richtig krass hinbekommen haben. Also die haben halt alle diese Masken und diese, jetzt in Bezug auf die Fischmenschen, sind die halt auf ihre speziellen Fischkompanions quasi angepasst. Und das sieht halt wirklich richtig gut aus und ich hätte es nicht erwartet, aber es funktioniert in dieser Welt komplett. Ja, also ich glaube, wenn man so irgendwelche Stills von der Serie sieht, sehen einige Sachen, glaube ich, auch ein bisschen unsexier aus als in Bewegung, muss man ganz klar sagen. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, Manga hat mich nie angeturnt, Anime finde ich anstrengend und warum sollte ich mir jetzt diese Serie angucken? Ist vielleicht jetzt, was man einfach sagen kann, deren Versuch ja gewesen, auch bei der Adaption nicht eins zu eins das zu liefern, was irgendwie in den Mangas passiert, sondern den Kern, die Essenz, die Aussage, den Optimismus, die guten Gefühle, die traurigen Gefühle quasi zu katalysieren in ein neues Medium, weil wer nämlich auch super doll involviert war, war ja Aichiro Oda. Und es gibt ja oft die Situation, dass man sagt, ey, die Crew, die Regisseure und die Schauspiele, wir sind alle Fans vom Ursprungsmaterial. Und ich finde, das ist so eine Floskel, die man sehr viel hört. Und dann sieht man halt einen Zack Snyder, der halt dann auf irgendeiner Fan-Convention sagt zu einem Batman-Fan, der ihn dafür kritisiert, dass Zack Snyders Batman tötet, dass er halt, ey, werd mal erwachsen, natürlich würde Batman töten. Und dann merkt man so, hey, was? Mein Zack Snyder, Bro? Das wäre einer von uns. Und dann bricht das so ein. Und würdest du sagen, dass das hier geglückt? Also ich finde, man merkt es halt vor allem in den Schauspielern. Also, dass da irgendwie eine Gruppe ist, die richtig Bock hat auf das Projekt, auf der Hauptdarsteller Inaki. Ich will jetzt seinen Namen nicht ganz falsch aussprechen. Du kannst mir gerne einmal unter die Arme greifen. Ja, Inaki ist perfekt. Okay, Inaki. Da merkt man halt richtig, dass er die Figur nicht nur das erste Mal im Skript gelesen hat oder Ähnliches, sondern diese Figur kennt und sich halt wirklich identifizieren kann mit der. Und ich finde, es ist ja immer schwer, weil wir beide sind ja schon auch One-Piece-Fans, kann man wohl so sagen. Und man hat halt diese Charaktere vor Augen. Und dass du ja eigentlich fast nie wirklich einverstanden bist mit einer Realfilm-Umsetzung, weil du halt immer dieses Idealbild aus dem Manga oder aus dem Anime vor Augen hast. Und ich finde, der Schauspieler hat es aber so perfekt geschafft, diese Essenz von Ruffy, diese Naivität, aber trotzdem gleichzeitig diese Stärke und diese Liebe irgendwie zu vereinen. Das hört sich jetzt total kitschig an, aber es hat halt so perfekt funktioniert, dass ich da komplett überzeugt war. Und auch der Rest der Crew funktioniert extrem gut für mich und eben auch im Zusammenspiel. Und das war ja zum Beispiel auch ein Ding, was wir im Vornherein immer angemerkt haben wegen der Skepsis. Wird's jetzt gut? Wird's jetzt nicht gut? Es gab ja auch viele kritische Stimmen einfach. Und man hat ja schon vorweg gesehen, dass die Schauspieler eben so einen geilen Vibe zusammen haben. Und wenn man Interviews gesehen hat, wie die irgendwie zusammen, ja, Interviews machen, Überraschung. Oder Süßigkeiten ausprobieren, die scharf sind. Ja, also alles Mögliche. Und es gibt ja jetzt auch nochmal wieder geile Videos, aber egal. Das wirkt einfach wirklich, als würden die sich richtig lange kennen, als würden die diese Abenteuer erlebt haben. Und da bin ich super glücklich, dass sie diesen Cast so gut ausgewählt haben. Aber da haben natürlich dann auch wieder Leute mit ausgewählt, wie ein Oda, der natürlich auch beteiligt war an der Auswahl, dass das natürlich einfach so gut matcht. Ja, und auch da Props raus ans Netflix-Marketing-Team, die halt, nachdem halt die Casting-Direktorinnen super Arbeit geleistet haben, gemerkt haben, okay, diese Leute, denen müssen wir, die müssen wir immer vor die Kamera zerren, weil die haben so gut funktioniert zusammen, die müssen halt auch für Marketing-Material herhalten. Das heißt, ich war halt jemand, ich war super skeptisch, als die Serie auskam. Also jemand, der halt als Teenager, seitdem er 14 ist, diese Mangas jeden Monat liest oder inzwischen alle drei Monate nur noch, weil es so lange braucht, bis ein neuer Band rauskommt. Ich war so, Mann, wie unmutig. Wo ist Lissops Nase? Warum sieht Raffi nicht noch verrückter aus? Habe ich sie jeden Tag angehört. Und ich war halt wirklich, ich war richtig skeptisch, weil wir haben halt viel, also oft ist es ja so, gerade wenn dann Leute aus dem Westen japanische Werke adaptieren, da war ja mein letzter großer Beef beim Mario-Film, dass halt selbst bei dem Mario-Film ein Charakter, der so stark ist und den jeder kennt, dass man aus irgendeinem Grund den wieder in die echte Welt holen muss. Ey, Mario kommt aus Brooklyn. In Videospielen kommt er einfach aus dem Pilzkönigreich und keiner hinterfragt das und das ist voll okay. Und dass ich halt richtig Angst hatte, oh ne, jetzt kommt wieder so irgendein amerikanischer Regisseur und ein Producer und ein Autor, die setzen sich zusammen und überlegen sich, wie machen wir das edgy? Und wie machen wir das so, dass halt auch die Leute im Westen das cool finden? Und was man halt einfach merkt ist, und das sieht man auch in den Interviews, dass halt jeder da einfach gesagt hat, nee, nee, das ist perfekt One Piece, der Manga und der Anime auch. Wir können jetzt bei dieser Serie nicht eine 1 zu 1 Adaption machen, weil das ist schon gut. Aber wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir das in dieses neue Medium transportieren. Und da haben die sich halt als Chiro Oda halt wirklich auch ins Bot geholt und der hat halt auch für super viele Reshoots auch gesorgt, weil er sagte, ey, die Szene finde ich nicht gut oder das finde ich jetzt gut. Aber was vielleicht dann halt auch sehr angenehm ist, die haben auch gleichzeitig sehr viele Freiheiten gehabt und haben dann zum Beispiel Elemente, die halt einfach nicht gut gepasst hätten in dieses Medium, einfach weggelassen. Also wir reden hier, wir reden schon die ganze Zeit sehr meta, wir reden hier von 8 Folgen mit so circa 50 bis 60 Minuten pro Folge, da wo jede Folge 15 Millionen Dollar gekostet hat, also nochmal mehr als die teuerste Game of Thrones Folge. Und das heißt, da ist sehr viel Geld reingeflossen und das spürt man einfach eher in der Sorgfalt, anstatt dass das jetzt jedes Mal so ein Michael Bay Epos ist und so voll ausrastet. Sondern ich glaube, das Geld ist in gute Planung, gute Kostüme, die alle fantastisch aussehen und in so Detailarbeit. Also die haben halt den großen Vorteil, die haben jetzt 100 Bände vom Manga auf 8 Episoden runtergeschrumpft und ich hatte richtig Schiss, dass ganz viel verloren geht, dass man halt einfach gar keine Zeit hat, sich in die Charaktere zu verlieben. Ich weiß nicht, hast du dich in irgendjemanden verliebt? Ich habe mich eigentlich fast in alle verliebt, glaube ich, kann man sagen. Aber es ist so, für mich wurde halt an den richtigen Stellen reduziert, wenn nicht sogar an den perfekten. Denn ich glaube, da werden jetzt viele richtige One-Piece-Bans vielleicht auch gegen argumentieren. Aber für mich sind ein bisschen immer diese Kampf-Szenen in One-Piece, die ja ein großer, großer Bestandteil des Animes, des Mangas sind, waren mir immer ein bisschen zu lang, weil die im Anime immer ganze Kapitel einnehmen. Ne, Quatsch, im Anime ganze Folgen und im Manga ganze Kapitel, so wollte ich sagen. Mir ist immer ein bisschen zu viel war. Und ich finde, das zum Beispiel wurde sehr, sehr geil gemacht, jetzt in der Live-Action-Verfilmung, dass die Kämpfe natürlich viel gekürzer sind, einfach weil die Zeit ja auch nicht da ist, um da jetzt einen halben Stunden Kampf darzustellen. Aber die wurden halt auf die perfekte Essenz gekürzt. Also wenn man sich zum Beispiel einen Kampf wie Miho gegen Zorro anguckt und sich den gegen den Anime hält, dann sind das Szenen einfach eins zu eins quasi choreografiert worden und du kannst es quasi nebeneinander laufen lassen. Und das ist schon sehr geil. Und zu der Frage, ob ich mich verliebt habe, weil ich jetzt schon direkt über Zorro rede, natürlich Zorro, mein Herzblatt, aber auch Sanji. Und kann ich jetzt vielleicht auch direkt anknüpfen, nämlich ein Charakter hat für mich in der Serie so, so, so viel dazugewonnen. Und jetzt möchte ich dich erstmal fragen, ob du vielleicht auch zu jemanden hast, wo vielleicht dasselbe denkst, dass ein Charakter richtig mit einem fetten Plus rausgekommen ist. Also ich denke, Nami ist halt... Ja, da soll ich uns einig sein. Genau, also vielleicht einfach mal, umso mal kurz, wir sagen jetzt so ganz viele Namen und euch sagt das einfach nichts. Wenn ihr uns überlegt, okay, ich habe mit One Piece nichts am Hut, aber mit was für Charakteren habe ich es da zu tun? Also wir haben jetzt schon mal vorweggenommen, es gibt diesen Ruffy. Das ist halt dieser Junge, der auch ins Meer sticht und Piratenkönig werden will und der sucht halt eine Crew. Und diese Ragtag-Gruppe an Piraten, die setzt sich zusammen einmal aus Nami, gespielt von Emily Rutt. Auch sie kennt man eigentlich bis jetzt nur aus so einer Netflix-Produktion, aber jetzt ist halt auch niemand, den man direkt kennen würde irgendwie. Sie ist eine Katzeldiebin, die sich ohne zu viel zu verraten quasi es zur Aufgabe gemacht hat, Piraten zu bestehlen. Dann haben wir Mekinyu, das ist, der spielt den Zorro und der ist zum Beispiel jemand, den kennt man, wenn man halt viele japanische Filme guckt und Manga und Anime-Adaptionen. Das ist quasi der erfahrenste von denen, würde ich mal sagen. Also der weiß auch, wie man kämpft und da er halt auch sehr viele Kämpfe auschoreografieren musste, merkt man das auch. Und seine Spezialität ist, dass er einen mit drei Schwertern gleichzeitig kämpft. Und nur wenn ihr die Serie guckt, werdet ihr herausfinden, wohin das dritte Schwert geht. Dann haben wir noch ganz, ganz viele Nebencharaktere, aber wir haben noch Lizob, das ist Jacob Romeo, den kannte ich persönlich auch nicht. Und ein Charakter, in den ich mich total verliebt habe und der halt auch schwierig ist im Manga in der heutigen Sicht. Und zwar ist das so ein Sanji, der der beste Koch der Welt werden will unter anderem. Und der ist halt im Manga jemand, der sich in jede Frau verliebt. Ein Simp. Ja, der ist ein richtiger Simp. Und das ist halt so, es ist ein japanisches Werk, es ist 1997 ursprünglich rausgekommen und läuft bis heute noch. Und da merkt man auch schon, dass so einige Sachen ein bisschen runtergetont werden, aber einige Sachen, die nicht runtergetont wurden, fühlen sich manchmal schon komisch an. Und das ist halt bei ihm, dass er halt jeder Frau hinterher geht und das halt nicht auf eine charmante Art und Weise. Und das haben sie perfekt hingekriegt. Also ich fand jetzt nicht, also er ist halt jemand, der, wenn er Nami das erste Mal begegnet, anflirtet. Aber es ist wirklich nicht so, dass man denkt so, oh Gott, ist das ekelhaft. Ja, ja, man hat nicht dieses ständige Gefühl, als würde in seiner Handlung sich nur darauf fokussieren irgendwie. Und das fand ich ja zum Beispiel, ich weiß ja, dass Sanji einer deiner Lieblingscharaktere ist. Und deshalb hatte ich nämlich immer Probleme mit ihm, ein bisschen als ich die Mangas gelesen habe oder auch in der Serie. Und ich finde jetzt halt, in der Live-Action-Verfilmung wirkt das halt für mich oder funktioniert das für mich einfach viel besser, weil er genau diese Seite so ein bisschen gedämpft wird. Er ist trotzdem aber noch immer der Charakter. Also man erkennt ihn halt trotzdem wieder. Aber es wurde halt genau der Fokus auf die Seiten von ihm gelenkt, die eben, ich sag mal, ein bisschen fortschrittlicher sind. Ja, das Ding ist ja, dass am Ende kommt es ja erst jemand, der ja Frauen liebt, aufgrund auch seiner Hintergrundgeschichte, was man erst später erfahren wird im Manga. Und also in der Netflix-Serie sieht man es noch nicht, aber dass Frauen die einzigen positiven Figuren waren, mit denen er lange Zeit interagiert hat. Nicht nur einer meiner Lieblingscharaktere, sondern auch von Matt Owens, der nämlich dafür maßgeblich verantwortlich ist, diese Serie zu machen. Den kennt man jetzt auch vielleicht nicht aus so super vielen Produktionen. Der hat auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. mitgewirkt. Und der hat sich zusammen mit Stephen Maill da richtig hingesetzt und die haben halt diese ganzen Charaktere nochmal überdacht und zusammengefasst. Und der Rhythmus von diesen Folgen könnt ihr euch so vorstellen, dass in jeder Folge mindestens ein Charakter einen großen Fokus hat. Und da kommt natürlich dann auch die Stärke von den Mangas her. Bei One Piece ist es so, es wird eine spannende Geschichte erzählt und dann kommen acht Kapitel rückblenden. Und das ist immer so ein harter Break in den Storys. Also man ist so mittendrin und damit man dann auf einmal mehr die Emotions versteht. Ja, fein, sowieso. Also dazu können wir ja gleich vielleicht auch was sagen. Aber hier haben die das in der Serie ein bisschen organischer hingekriegt, dass diese Rückblenden sich in die Story nahtlos einfügen, finde ich. Es war nie so, dass man so gedacht hat, also bei den One Piece Bänden ist es so, oh, jetzt kommt ein krasser Kampf. Und dann sagt ein Charakter irgendwas und dann wird auf einmal auf Pause gedrückt und dann ist man einfach zehn Jahre in der Vergangenheit. Und man sieht es auch immer schon an den Mangas, wenn man die so schräg hält, dass auf einmal so die Hälfte des Mangas so schwarz eingefärbt ist, weil die Rückblenden immer so einen schwarzen Rand haben. Und dann weißt du immer schon so, ah, okay, jetzt geht's los. Der Manga ist nur Rückblende. Und ja, jetzt, wenn man darüber nachdenkt, warum ist denn One Piece so ein weltweites Phänomen? Also für One Piece Fans ist das ganz klar und es ist auch gerade die beste Zeit, es ist gerade eine One Piece Folge rausgekommen, die die bestbewertetste Anime Episode war aller Zeiten. Der Manga verkauft sich besser denn je. In Japan gibt es in den Universal Studios eine Kassel Show. Es kommen unendlich viele Videospiele raus. Was ist denn diese Magie? Und das kann man halt einfach vielleicht auf so ein paar Sachen runterbrechen und vielleicht kriegen wir das gemeinsam irgendwie herausgearbeitet. Ihr habt das ja schon sehr viel gemerkt, wir reden sehr viel über Charaktere und das ist eigentlich genau das Ding, dass halt diese Serie es halt schafft, dass sehr viele Charaktere eingeführt werden, auch selbst kleinste Nebenfiguren. Aber die haben alle irgendwie so ein Detail, bis dann man irgendwie sagt, ach krass, der ist irgendwie ganz interessant oder hä, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Also sei es irgendwie, dass halt im Manga damals irgendwie eine neue böse Piratentruppe auftaucht, aber die ist dann halt nicht so ein neuer Bösewicht, sondern es sind direkt erst mal zwölf. Und die haben halt alle Namen, die haben alle eine unique Lache. Das ist auch so ein Kink von Oda, dass alle irgendwie ganz speziell lachen. Und alle haben ein komplett neues Outfit und alle haben eine Backstory. Und fast alle haben auch immer irgendwas, worum man auf einmal denkt, ist das jetzt mein neuer Lieblingscharakter? Also ja, wie ist das so für dich? Was würdest du sagen, ist so die Essenz? Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es so diese Dynamik aber dann auch oft zwischen den Charakteren ist, die das trägt. Und ich finde ja auch, also was du gerade angesprochen hast, dass jeder irgendwie so einen uniken Touch hat. Und das ist jetzt nicht nur, finde ich, auch charakterlich, dass du die Leute einprägst, sondern auch, weil irgendwie jeder Charakter dann ein Outfit hat, ein Besonderes, also wo du ihn immer wieder erkennst oder dann doch irgendwas, seien es Haare, seien es Nase, was auch immer, irgendwie was ist immer besonders, dass du diese Charaktere halt immer wieder erkennen würdest. Und was die Geschichte eben auch für mich so ausmacht, ist diese Emotionalität. Also das hattest du auch schon angesprochen, dass jeder Charakter halt wirklich seine Backstory hat, gerade von den Hauptcharakteren, Hauptcharakteren, ist die dann ja nochmal wirklich super quasi mit einem Dolch in dein Herz, weil das alles immer super traurig ist, aber dann irgendwo auch wieder schön oftmals. Und man kann es ja schon mal vorweg sagen, wir beide haben, glaube ich, nicht nur einmal geweint in der Serie. Ja, weil es dann doch dieses Zusammenspiel der Charaktere, wenn es um Freundschaft, wenn es um Liebe, aber eben auch um Tod geht, dann ist es irgendwie alles auf eine Art, du weinst, weil du traurig bist, aber du weinst auch, weil du glücklich bist, dass diese Menschen sich quasi haben in dem Moment und dass da diese Crew entsteht. Und jetzt bin ich wieder voll abgeschweift, aber ja, das ist es eigentlich für mich. Ja, also ich habe an denselben Stellen geweint, wo ich auch im Manga Tränen in den Augen hatte und so eine Serie schafft es ja nochmal durch Musik auch, das nochmal mehr zu pushen. Aber es gibt eben halt nicht, man weint nicht nur, weil man traurig ist, sondern das ist halt echt so, ich sag mal so, weil ihr eine Situation in eurem Leben hattet und ihr habt irgendwie so euren freundschaftlichen Lebenspartner gefunden. Es gibt so diesen einen Moment, wo man merkt, ach krass, du bist wirklich mein bester Freund und wir werden für immer Freunde sein. Und ihr stellt euch das vor, dass ihr das in regelmäßigen Abständen erlebt mit dieser Serie. Das ist einfach mega schön. Und wo wir halt auch über die Musik reden, da haben die natürlich direkt auch richtig Gas gegeben, denn One Piece ist natürlich mega iconic von der Musik her. Also man, die ganzen Intro-Songs sind halt mega beliebt. Alle Leute, also so wie ich, haben die auch in ihren Spotify-Playlist. Und wen die sich halt reingeholt haben, um das Ganze zu vertun, das ist die Sonja Bilusova und Giona Ostinelli. Sorry, ich bin nicht sehr gut mit Namen heute. Und die haben unter anderem auch schon für Witcher diesen Song geschrieben, To the Coin to the Witcher. Und da war ich ein bisschen, das ist so, wenn ich so versuchen würde, die Serie zu kritisieren, war das für mich ein bisschen so, ah, okay, ich bin ein bisschen zu eingegroovt mit den Themes, die ich aus dem Anime kenne. Da gibt es so iconic Themes, die kommen, wenn die Figuren gerade auf dem Weg in den Kampf sind oder sonst was. Ah, warum läuft das jetzt nicht? Ich fand, das war, ich weiß, das ist jetzt nicht dasselbe wie diese Themes, aber für mich waren auch gerade musikalisch ein paar Momente off. Weil ich kann es wirklich nicht komplett nachvollziehen, warum Alungs Bande auf einmal zu so einem Hip-Hop-Ding geworden ist. Also es hatte irgendwie immer so einen komischen Vibe, wenn man wusste, die kommen und auf einmal kommt die Hip-Hop-Mucke, weil die halt komplett alles bricht, was eigentlich passiert. Und am Ende soll das vielleicht genau das ausmachen. Aber für mich war es immer so, weird, okay, irgendwie, als würden die jetzt so ein Musikvideo starten. Das war immer ein komischer Vibe. Aber das mit den Themes, ich finde, das habe ich gar nicht so stark gemerkt, muss ich sonst sagen. Also jetzt, weil du ja explizit dann irgendwie diese Momente ansprichst, wenn die in den Kampf gehen oder so, das hatte ich nicht. Aber trotzdem, ohne jetzt zu viel, glaube ich, damit zu spoilern, aber es gibt ja einen Moment, wo dann auch Musikstücke quasi ineinander fließen. Und das macht dann halt umso krasser, wenn dann auf einmal dann doch ein Musikstück, was man kennt, irgendwie in dem Haupttheme zum Beispiel übergeht oder ähnliches. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also für euch One-Piece-Fans, die sich bis jetzt gewährt haben, also seid unbesorgt. Wir, we are Fans, wir werden zu Tränen gerührt. Ich habe auf jeden Fall, als das dann lief, es hätte nicht besser eingesetzt werden können. Und für die, die halt, ich sag mal so, wenn ihr glaubt, nach der ersten Folge ist Shepard noch nicht so richtig. Ich kann euch sagen, das klingt wie immer so, viele Leute sagen bei Härte Ringe, ja, das Buch, da musst du langer, das dauert länger. Spätestens am Ende der achten Folge werdet ihr euch so verliebt haben. Ihr müsst nur acht Folgen durchhalten, Leute. Ja, acht Stunden, das ist nix. Das ist ein Arbeitstag. Spätestens dann werdet ihr wahrscheinlich genauso wie wir beide es nicht erwarten können, dass endlich eine zweite Staffel gemacht wird. Weil ich glaube, wo es wir jetzt einfach mal so abschließt, ist so diese Analyse, sondern jetzt kann man mal wirklich so die Wertungen einfach mal raushauen. Aber okay, warte, warte, warte. Jetzt will ich doch noch mal eine Sache nachfragen. Weil wir jetzt so geschwärmt haben, du musst doch auch eine Sache haben jetzt, außer die Musik, weil das war ja ein kleines Makel, wo du sagst, das war schon Bullshit. Das ist gar nicht. Also das Ding ist, ich kann, so wie mit der Musik, ich kann viele Fehler verzeihen. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ah, also selbst wenn es nur so Sachen sind, dass ich finde, dass halt der Inaki, also der Schauspieler von Ruffy, noch einen Ticken mehr Stunt und Parcours hätte machen können, wenn er sich normal bewegt. Weil der Ruffy so ein Charakter ist, wenn der aus einem Haus rausgeht, dann klettert er nicht die Fassade runter, sondern springt einfach runter und ihm passiert nichts. Wo ich halt auch so denke, ja, ja, aber das ist halt wahrscheinlich genau das, was halt das Budget noch höher gemacht hätte und vielleicht auch einfach dann so nonstop Cartoon-Feel gehabt hätte. Deswegen, also bei mir sind es so, ich würde sagen, ich habe keine großen Probleme gehabt, aber viele so Details, wo ich dachte so, äh, ah, okay, ich nehme es aber einfach hin, weil die Serie auch ein gutes Tempo hat. Also ich hatte nie Gelegenheit, mich lange über was abzufacken, auf gut Deutsch. Also, ähm, ich hatte so eine Sache, dass so ein Bösewicht dann eigentlich an der Stelle wieder auftaucht, an einer Location, wo ich gedacht hätte, da könnte der jetzt nicht einfach so wieder hin und dann ist das einfach so gegeben, dass er da einfach weiter chillt. Und dann weiß ich so, okay, macht das Sinn? Und dann so, weißt du was? Irgendwie wird das Sinn haben. Ich habe gerade so viel Spaß, ich scheiße einfach drauf. Ja, okay, fair. Ja, bei mir gab es nur die eine Sache, die mich ein bisschen rausgeholt hat und, ähm, das war explizit ein Charakter, ähm, kann ich ja, glaube ich, jetzt auch einfach... Genau, also wir können ja einfach sagen, ab jetzt, wenn ihr die Serie völlig unvoreingenommen sehen wollt, was jetzt eh zu spät ist, weil wir schon... Viel zu spät, viel zu spät. Aber jetzt kommen so mal ein paar Spoiler, jetzt kommen die Spoiler. Ich war halt tatsächlich nicht überzeugt von Kaya. Ich weiß nicht, ob, ähm, sie... Ich meine, ich habe den Manga gelesen, ich habe halt den Anime zu der Zeit noch nicht geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie sie sich im Anime verhält, aber ich kaufe der das nicht ab. Ich fand das nicht aufgesetzt und ich weiß, sie soll halt am Ende, ne, irgendwie dieses reiche Mädchen sein und, aber ich fand, mir hat es teilweise weh getan, dazu zu sehen. Okay, aber... War echt so unangenehm. Aber dann kann man ja vielleicht da auch mal so ein bisschen reingrätschen. Also ich glaube, genau, was du nämlich meinst, ist so dieses, ich glaube, das Niveau im Schauspiel und der Art des Schauspiels, das ist nicht alles gestreamlined. Also man merkt, dass die Strohhutbande, so wie die Crew am Ende heißt, die sind alle auf einem Level. Da hat man nicht das Gefühl, dass jeder so sein eigenes Schauspiel macht. Aber es gibt halt ein paar Charaktere, die entweder manchmal zu viel Theater, dann sind die anderen zu viel Zeichentrick, so, dass das manchmal so ein bisschen heraussticht. Das war ja auch eben mit einem der Bösewichten, der auch bei Kaya eben vorkommt. Da wirkt, ja, das wirkt ja alles so ein bisschen so, ah, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen sehr cartoonig, während halt andere Charaktere dann sehr gegroundet sind. Und, ja, da hast du recht. Das ist nicht ganz, aber auch da merke ich jetzt gerade, wo du sagst, da habe ich mich blenden lassen, dass der Rest einfach gut geschallert hat. Ja, ja, es wird ja auch überwiegend positiv gestimmt. Nee, man darf ja auch, man darf auch kritisch sein. Also, es ist schon ein sehr guter Punkt, finde ich. Und, ja, krass, jetzt wo du das sagst, muss ich viel darüber nachdenken, wo werden jetzt, wenn mich alles gestört hat. Jetzt kommen sie alle. Ja, jetzt. Irgendwas, der was. Nee, aber das ist ja, glaube ich, auch eben dieses Meckern auf hohem Niveau. Also, es ist ja, ich glaube, wenn ihr bei Stranger Things euch nicht daran gestört hat, dass dieser eine Typ, der dieser Conspiracy-Verschwörungstyp ist, der denen hilft, nach Russland zu kommen, dass der so ein bisschen Comic-Relief auf einmal war. Aber, wenn das irgendwie um das Ende der Welt geht, dann werdet ihr euch hierher nicht stören. Also, am Ende ist es halt eben auch nicht Schindlers Liste oder irgendwie sowas in die Richtung. Ganz okay, ja. Aber es ist aber auch, finde ich, nicht Transformers. Ich finde Transformers, da habe ich immer ein wichtiges Problem, weil da merkt man nämlich auch, dass die Leute... Aber ich finde deine beiden Pole einfach auch sehr interessant, dass du auf der einen Seite das Schindlers Liste und das andere ist Transformers. Ja, aber das bringt es ja ziemlich auf den Punkt. Also, ich würde One Piece mehr bei Transformers ansiedeln, aber halt nicht, also was man da nämlich merkt, ist, dass die bei Transformers nicht mit echten Leuten vielen geredet haben, wenn die mit Robotern reden, sondern mit riesigen CGI-Tennisbällen, die ihnen vom Kopf gehalten wurden. Und hier hast du halt das Gefühl, dass aber alle irgendwie miteinander einen Vibe haben und es halt viele Chemie-Momente gibt, wobei halt einige natürlich dann drin sind. Ja, aber gut, wenn du jetzt so sagen würdest, würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht seinen Partner oder seine Partnerin One Piece irgendwie näher bringen will, wo vorher gesagt hat, boah, nee, sorry, ich mag den Zeichenstil nicht oder das sieht mir zu albern aus. Ist das die Serie, womit man die jetzt kriegt? Hundert Prozent, sage ich. Es macht nämlich so vieles richtig für Leute, die, wie du sagst, mit Anime oder Manga vielleicht auch gar nicht so viel anfangen können. Erstmal kriegst du die Geschichte eh von Grund auf erklärt, weil du hast halt, die erste Arc wird in der Serie quasi aufgegriffen. Das heißt, von Anfang an erlebst du das, was du auch von Anfang an im Manga erlebst. Und bei mir war es ja damals zum Beispiel auch so, dass ich gar nicht bis vor einem Jahr tatsächlich noch gar nicht so im One Piece-Universum war, weil ich auch immer vom Anime ein bisschen abgestreckt war, weil ich wusste, das hat irgendwie sonst wie viele tausend Folgen. Die ersten waren immer mir ein bisschen zu oft, also die ersten haben mir nicht gefallen. Du fandest auch Ruffy super. Genau, ich mochte Ruffy nicht wie, also ich habe es ja nie wirklich nachverfolgt und deshalb einfach nur diese Szenen, die ich von Ruffy gesehen habe oder mal Ausschnitte, fand ich das halt einfach viel zu naiv, viel zu drüber. Und dann habe ich halt letztes Jahr alle Mangas quasi nachgeholt und das war halt schon für mich quasi the selling point irgendwie. Also es hat sehr gut funktioniert und ich glaube, für Leute, die eben auch vom Manga nicht oder vom Manga abgeschreckt sind oder eben mit diesem Medium nichts anfangen können, ist das halt eine Serie, die auch funktioniert, wenn du gar nicht auf diesem Anime-Kram stehst. Weil diese Serie, die einfach eine richtig, richtig gute Geschichte über, ich kann diese Worte immer nur wiederholen, aber über Liebe und Freundschaft, über Loyalität und Abenteuer erzählt, Träume, Freiheit, wo eigentlich keiner sagen kann, von den Themen her finde ich das ultra scheiße oder was auch immer. Du hast spannende Charaktere und für jeden, und das kann mir keiner erzählen, selbst wenn du Leute zwingst, diese Serie zu sehen, werden die mindestens einen Charakter haben, wo sie sagen, ja doch, der ist richtig gut und nicht nur so, ja, der ist okay, sondern der ist richtig gut und mit dem kann ich mich richtig gut anfreunden. Und deshalb würde ich sagen, schaut euch diese Serie an. Der Apropos richtig gut, ein Charakter, der ja auch richtig gut funktioniert hat, wo ich davor gesagt habe, boah, das sieht richtig, richtig, richtig schlecht aus. Sehr viel richtig. Ja, ist Bucky, der Clown, der nämlich in den Mangas, nämlich so, auch so dieser typische erste Bösewicht, wie das bei Sean Jumps so ist, da ist der mit der, der allererste Bösewicht wirkt zuerst ganz bedrohlich und ist danach eine Lachnummer für sehr lange Zeit. Und ich finde, die haben das in dieser Serie Rass hingekriegt, dass halt, es gibt Leute, die finden den jetzt sexy. Es gibt Leute, die machen Fanarts, dass man... Ich habe eben sogar erst ein Reel gesehen noch, wo eine genau das thematisiert hat, aber ja, ich kann es für Bucky tatsächlich mit der Sexsinnest nicht ganz nachvollziehen, aber... Das ist mir egal, ich fand den aber relativ hot und das ist eh in dieser Serie ganz interessant, dass einige Charaktere anders sind, aber irgendwie nicht schlechter und oft kennt man das ja anders, dass man so einen Superheldenfilm sieht und dann sind Charaktere dann doch sehr anders, als man die aus den Comics kennt. Bestes Beispiel ist, bashe ich weiter Sexnider, wie bei Man of Steel, wo Superman kein... Schiebst überall deine Agenda runter. Ja, ich will, dass jeder, der Sexnider mag, der soll sich tierisch ärgern, wenn er mir zuhört, aber ja, dass halt so ein Superman auf einmal halt nichts Positives mehr an sich hat oder so, sondern die haben es halt hingekriegt, dass alles in der Realität zu grounden, aber sich zu trauen, dass auch alle ein bisschen albern sind und da gibt es halt dann eben auch den superkrassen Admiral, Captain, vor dem alle Angst haben und der hat halt einfach einen lustigen Hundehut auf, weil der den halt auch im Manga hat. Und Bock auf Steak. Oh ja, tierisch Bock auf Steak. Also ja, wenn ihr Bock auf Steak habt, aber noch viel mehr, wenn ihr halt Träume habt, wenn ihr in eurem Leben Abenteuer braucht, wenn ihr Lust auf Geschichten über Freundschaft habt, wenn ihr Abenteuergeschichten haben wollt, die nicht nur darum gehen, dass einer der coole Typ ist und alle Frauen ihm hinterherlaufen, sondern wo es starke Frauen gibt, die halt den Männern in nichts nachstehen, in ihrem Mut, dann seid ihr hier endlich angekommen. Also wenn ihr was zum Bingen braucht über ein langes Wochenende, ihr habt gerade einen Hexenschuss, ihr habt euch alle Arme und Beine gebrochen oder euch geht es gut und ihr seid gesund, habt euch eine riesige Portion leckeres Essen irgendwo bei Lieferando oder sonstigen Liefererservices bestellt. Ist glaube ich von uns beiden die absolute Empfehlung. Gönnt euch das. Wenn du jetzt Strohhüte vergeben könntest, so von eins bis zehn. Wie viele Strohhüte kriegt diese erste Staffel von One Piece von dir? Jetzt noch mit der ganzen Emotionalität gefüllt, weil es ja noch nicht so lange her ist, dass wir es gesehen haben, würde ich auf jeden Fall eine neun sagen. Da ist wenig, was für mich nicht funktioniert. Ich habe hier ein paar Sachen angesprochen, aber ich würde die am liebsten jetzt sofort nochmal gucken. Ja, wenn ihr die Serie übrigens schon geguckt habt, auch hier nochmal der schnelle Hinweis, die Serie ist jetzt noch in weiteren Sprachen verfügbar, was nämlich auch noch sehr cool ist, also es gibt natürlich den Originalton mit den Stimmen der Schauspieler, aber von Anfang an gab es halt die Synchro auch auf Deutsch und zwar mit den Originalsprechern aus dem Anime und das heißt, wenn ihr halt früher mal One Piece geguckt habt, die Arbeit ist fantastisch, wir haben ja in Deutschland sehr geile Synchronsprecher und es ist irgendwie voll lustig, die alle wiederzuhören nach so langer Zeit und in der japanischen Tonspur sprechen die Originalsprecher der japanischen Serie die Figuren und das ist auch geil. Also so viel Feinster. Guckt sie dreimal durch. Ja, genau. Auf allen Sprachen. Englisch, Japanisch, Deutsch und dann noch alles andere, was ihr könnt. Und wenn seid ihr gut. Oder nicht könnt, um dann halt einfach die Zahlen so hoch zu pushen, denn wir brauchen dringend eine zweite Staffel, würde ich sagen. Ja, aber ich bin da sehr guter Dinge. Bis jetzt steht noch nichts fest, aber ich glaube, so wie die Serie gerade abräumt, können wir ein bisschen optimistisch sein. Ja, so wie Ruffy sein. Nichts kann uns entfalten. Auf zur Grand Line. In diesem Sinne wünschen wir euch noch ganz viel Spaß auf den, weiß nicht wie vielen Weltmeeren, die es bei One Piece gibt. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Gewässer. Aber dieses Abenteuer ist das erste auf dem East Blue und es war eine fantastische Weise. Vielen Dank für dieses nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.